Sie planen eine Renovierung oder wollen die Innenräume neu gestalten? Mit unserem Handwerksbetrieb in München stehen wir als verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Aufträge jeder Größenordnung setzen wir um. Wir renovieren Decken, Wände, Böden und Fassaden. Außerdem übernehmen wir Heizung, Sanitär und Fliesenlegeraufgaben für Sie. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Ihr Eigenheim handelt, Sie ein Ladenlokal umgestalten oder einen ganzen Wohnblock sanieren wollen. Wir übernehmen auch kleinere Aufträge, wie etwa die Reparatur nach einem Wasserschaden oder wir verleihen abgewohnten Räumen nach einem Mieterwechsel neuen Glanz.